Oh, da sind die Vampire. So, und ich belebe mich mal wieder. Boah, der hat echt versucht, die Untoten auszusaugen. Das klappt sogar bei denen. Ah. Was war mich das? Keine Discord-Warrior-Cross. Ein anderer Tag, Kryptos. Ich bin raus. So, Sivaru. Du wirst nicht mehr kriegen. Test-Kollektor. Test-Kollektor. In dem Namen der Sophrer. Ein anderer Tag, Kryptos. Das hat mich eine Kryptopriesterin gekostet. Aber Discord-Warrior sind noch alle am Leben. Und die Welle ist geschafft. Gut. Gut, gut, gut. Ich finde es schade, dass sie sich da nie umdrehen und mitkämpfen, sondern einfach flüchten. Sind alle Garthäuser abgegradet? Ja, scheinen alle abgegradet zu sein. Dann grade ich als nächstes mal das Ding auf. So, Sivaru. 3 Cheers for Favis. Und Marktag. Und hoffe, dass mal bald ein Steuereintreiber kommt und da das Geld abholt. So, Sivaru. Weil gleich ist Tag 18, dann kommt die nächste Welle. Ich habe jetzt auf jeden Fall dieses Mal mehr Helden. Vor allem stärkere Helden. Und habe mir auch nicht die Mühe gemacht, eine Ranger-Gilde zu bauen, weil ich die einfach nicht brauche. Okay. Sie sind da. Das Problem, dieses Mal kommen sie alle aus unterschiedlichen Richtungen. Wie gesagt, solange es die Discord-Krieger nicht erwischt. Und sich der Schaden, so wie im Augenblick gerade, eher verteilt. Ist eigentlich alles gut. Und sich der Schaden, so wie im Augenblick gerade, eher verteilt. Vor allem die Dis-äh, die Solari können einige böse Sachen machen. Tja, für den Wachstum hat es leider nicht mehr gereicht. Habe ich genug, um ihn wieder aufzubauen? Ja, habe ich. Die Leute holen sich auch ordentlich Waffen, muss ich sagen. Gut, das Geld ist da. Wichtiger Trend. Wichtiger Trend. So, du bist jetzt Riverd. So, das Godhouse-Upgrade. Wir haben gleich Tag 21, dann geht's wieder rund hier. Die Guardhäuser sind zur Zeit ja auch eher nachher Gegnerfang. Mein Nachhergleich werden wieder so um die 10 von diesen Stein-Golems und der Ogre-Spawn. Nämlich genau jetzt. Nö, noch nicht. Doch. Da oben kommt er, da kommen überall Stein-Golems. In the name of the Sovereign. So, Sivan. Ja, es hält die Golems auf jeden Fall mal ein bisschen auf. Die Discord-Teil-Vormia sind echt in der Lage, einzeln alleine einen Golem-Platz zu machen. Da kommt jetzt aber das große Problem. Ja, die halten gerade einfach nur das Hauptgeschäft. Der Golem ist vergiftet. Das ist... Ich wünsche, es würde reichen, den da zu töten. So, weil er ist tot. Es sind auch nicht mehr viele Golems, es sind nur vier Golems zu töten. Die Discord-Warrior sind wirklich in dem Fall die bessere Wahl gewesen. So, nur noch diese beiden Golems, dann haben wir es geschafft. Das ist egal, wir haben gewonnen. He-Hei-Hei. Gut. 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 Das heißt wir werden uns wahrscheinlich hauptsächlich gegen Spawns rumplagen müssen und keinen hoffentlich nicht wirklich vielen starken Bossgegnern. Hier müssen wir uns natürlich mit der Lich Queen rumplagen. Ja. Drive the Lich Queen from her rocky land defeat here. No Tempest to Crypto available, no Blacksmith in, Straven Settlement or Rogue's Guild may be built, but there may have remnants of an earlier settlement left. Das heißt hier müssen wir mit einer Ranger-Gilde ordentlich erkunden und uns gegen viele Untote zur Wehr setzen. Und wann ich Wrath of Quolm mache? Wahrscheinlich ganz als letztes, sobald ich den Süden fertig habe und dann den Norden. Im Norden sind ja auch mehr als genug Quests. Eins, zwei, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, zwölf Quests im Norden noch. Wenn wir die fünf im Süden geschafft haben. Ja, aber gut. Ich mache jetzt hier erstmal einen Cut. Wir haben wenigstens wieder zwei Missionen geschafft. Und wenn ich die eine fast schon geschafft hatte. Und bei der anderen einmal versagt habe. Ja, wir kommen aber trotzdem voran. Und es wird ja auch immer schwieriger. Also, bis zum nächsten Mal.